So, hallo und jetzt willkommen wieder bei einem neuen Commentary und diesmal ein außergewöhnliches Commentary, ein Commentary mit ein paar anderen Leuten, QL und so auf dem TS, Live Commentary, Nuketown79.9 mit der PDB Und ja, wir labern ordentlich viel Scheiße, ich hoffe es gefällt euch und wir sind uns beim nächsten Mal, lasst einen Like da, tschüss Ja, Lars, Lars kann nicht so weit denken, also Lars Das ist was hier, sag ich, okay Ah Ein Ermordor Natürlich sind es die anderen Hä, der Ding hat doch grün geläuchert Hm? Kommst du? Bin ich doch Rütenleicht sein Ich bin drin, ja, ich bleib Das ist scheißegal Ah ja, gut, dass die Gegner sind Ey, wo sind die Gegner? Jetzt mal mehr Ja, wir haben nicht mal Ich glaube, ich mache überhaupt einen Plätzen-Name-Change, Burger wird langweilig Ja, Burger Paul Wie wüsste ich denn denn, Draghi? Nein, Jabba Drake Fick dich Delfin Vor ich mich ummelden würde, würde ich mir erstmal einen guten Namen sucht, sonst kommst du nur so zu scheiße nah wie Isaac Doch, Alter Ja, nicht Isaacs Namen, aber Kick-Ass, ganz ehrlich Und? Nein, der ist Burglarized, also Der ist auch scheiße Alter, mit Burger könntest du an sich voll die guten sagen Ja, dann, sag mal was Die Creator, der Reden könnte Ja, zapp Burgatory Hey, wake up, wer ist da am Wake-upen? Der ist da Burgatory, der war viel besser, der war cool Ein Bock auf den Dester zu gehen Oh, Ferguson-Fryes ist halt in Fridding-Name-Ro Ist ja nicht gepolten Die haben einfach Fries-Name-Ro Hat immer noch keins back Das ist jetzt richtig geklaut und so Ne Ist ja creative Boah, Alter, Junge Ich habe ja auch nicht gesagt, das soll es nehmen Wir spielen gerade hier Ich bin der Einzige, der Captured Boah, 11 zu 1 und dann 11 zu 0 und dann sterbe ich Ist klar Soll doch bei mir lag das Backe auch Nein Kannst du mal den Chopper nach raus holen? Den Chopper, ha 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 Was, Burger? Heile, heile, Katze-Tag, bis Gorgatory ist alles weg Ach, die Fresse, ey Blauen Flecken sind morgen aber nicht weg, wenn ich gleich die Schnauze Ja Gehen Ey Schnauze Recken schreibt mich an, dass es das TS-Moven und so Könnt ihr mal auf den Desktop gehen, weil... Wer will gelegt werden? Recken Ach, der lebt auch noch, ne Lebt er noch? Boah, Alter, weil er... Ach, lass uns halt Dummes Spassen, ey Ich gehe nicht auf den Desktop Ich auch nicht Ja, lass ihn einfach, lass ihn da stecken So, komm Sag ihm, er soll nen Antrag einreichen Haha, weck mich Danke Antrag einreichen sollst du... Ey, Junge, was ist mit dem... Krieg dir's hin Boah, was ist denn jetzt falsch, Mann Find ich lustig Äh, änderte Menschen Ey, steck dir deine fucking Schockstäbe in deinen dreckigen Scheiß... Oh, Schmaa Ja, lass Hab ich mich extra zurückgehalten, dann läuft das, ey Ich bin immer voll, was? Ja Bitte voll Wolle am Kacken Ich bin voll korrekt Volker, es lenkt die Scheiße Hm? Es lenkt die Scheiße Er lenkt die Scheiße Es lenkt die Scheiße Es lenkt die Scheiße Oh, ja, es lenkt auch gerade, Mann Scheiß Fraps Ich hab gehört, aber es lenkt die Scheiße Wie... 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 So Specs stelle ich mir vor, der lenkt die Scheiße irgendwie Boah, morgens sei bei einem Deutschen, dann entripte meine ganze verkackte Resist-Gruppe Ich glaube, da haben wir heute Backsale Ey, ist klar, dass ich das grad hier als Stingens mach und so, gell, das... Ach, egal Ich höre das ja eh nicht Ja, Raffi ist der größte Schwast Razzist, Faggot Narzist? Geräusch, bitte Ich bin kein Rezist, Faggot Ich bin ein Rezist, Faggot Ich bin ein Rezist, Faggot Mach... Faggot Ein Faggot Weil, ist jetzt nicht so, dass ich das noch schwuler anhör Faggot, mach das Geräusch deshalb Nein, gerne, keine Leute, Burger Junge, ich sag dir Burger Gleich... Geh ich auf den Desktop, um dich wegzumuben, ey Wann weißt du, wenn du hören kannst, dann ruf einfach den Heli, dann hörst du die ganze Zeit To-do, to-do, to-do Die ganze Zeit, ey Ach, welch der Geräusch mit eigentlich, Burger? Meinst du nicht, gell? Halt die Fresse, halt die Fresse, halt die Fresse Nein, 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 nicht! Oh, ja Sticks, Sticks Brass Alles in rot Alles in rot Schlimm Nerv Du musst deine Lippen zusammen... äh, zusammensitzen Und da so draus fressen Tja, dann hört sich's von mir so an Nein Boah, halt die Fresse jetzt Muss ich konzentrieren, ey Ich hab gleich den scheiß Helikopter da Ey, ihr verfickten kleinen Scheiß-Juden-Nigger, Alter Hättet ihr mal ihre... Eure verfickten Fresse... Leute, seid ihr schon voll im Anfall Nein, seid wir nicht! Ja, dann sagt mal, wenn euer Wunsch vorbei ist Alter, ich krieg hier gleich den Anfall, ey Bist du sagen, du sollst nicht euren weiten Ey, ich sag dir... Dann weiten, dann sagen, wenn er getäunet ist Ah Ihr verfickten kleinen Scheiß-Knechte, ey Noch ein Wunsch? Guckt es an, guckt es an 43,6 Das hätt locker 50,6 oder so werden können Hättet ihr... Knecht und Sacker fressenden Scheiß-Juden-Säcke Eure verfickten Scheiß-Drecks fressen gehalten Hehehehehe Fressen... Hehehe Hehehe Ach, es ist... Oh, es geht noch weiter Komm, komm Es ist... Oh, es geht noch weiter Dann ist alles, alles im Lot, meine Freunde, meine Kameraden Eigentlich, das hab ich gehört, Alter Hä, was denn? Achso, ich hab... Ich hab's wahrgenommen Ich hab's wahrgenommen, nochmal Felix war das Hehehe Das ist das Ding Das ist das Ding Das ist das Ding Das ist das Ding Boah, Junge Ich hab's dir die... Alter, halt die Fresse! Hehehe Die Lache, ey Boah, Felix, was war das? Triple Feet Triple Feet los Hext auf der Hext auf Oh mein Gott Mein Hacker Mensch Felix, mach mal Tutorial Wie kann man so gut im Snipen sein? Ich hoff zu Gackern Was ist burning? Bestimmt Geil Oh Gott Ich hab Tränen in den Ohren In den Ohren, hast du grad gesagt? Du hast Tränen in den Ohren Augen, hat er gesagt Er hat mich grad mit der S-Videa schlagen Mit dem Arsch Mach doch in den Ohren auf Ja, es geht alles Kannst du auch mit C4 Ja, das prallt immer so übel ab Geulons, ey Geulons, ey Geulons, ey Oh Oh mein Gott Penta-Abschuss Fake Penta-Feed Penta-Feed Schau mal, das ist der Cheater King 99 King Cheater? 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 Wenn die doch nur vier Gegner Das sind Cheater, Leopard Alter Ich hab grad direkt hinter mir die Scheiße explodiert, ey Noch drei Gegner Äh, Burger Bei Burger, ich bin dem Essen 1 1 1 Bringt die alle zum Rage-Quiten Bringt die alle zum Rage-Quiten, man Alle zum Rage-Quiten Man, alle zum Rage-Quiten Weißt du? Die anderen wollten dich gar nicht move Und ich hab doch gesagt, move den armen Jungen jetzt Ja Weißt du, und jetzt bin ich nicht mehr erfluter, ich bin Unso Danke Steckst dir in den Arsch, Wacken Steckst dir in den Arsch und sowas Steckst dir in den Arsch 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 Ne, ne, halt mach die Glaubigart hier voll damit Über die ganze Das juckt mich schon, Dreck, Alter Aber wie oft geht Dreck hier denn Essen, ey Keine Ahnung, bei Juden gibt's das öfter Wo muss die Erde ja hin? Boah, es gibt aber auch kaum mehr Gegner. Ja, sag ich doch. Bönd hat keiner. Die gucken schon die Killcams an, damit sie nicht sterben müssen. Schlaue Juden. Schlaue Juden. Hast du mal E gedrückt, Max? Nein. Ich hoffe, ich hätte irgendwas böses. Ja, kannst du Raketen abschießen. Echt? Wechselt er den Modus? Nein, natürlich nicht. Diesmal liegt das, was da steht. Kann. Keine Ahnung, ich bin doch schon längst aus dem Teil raus. Halten sie hier unter F gedrückt zum Ausschreiken. Arschku, Alter. Das ist echt nicht nett. Dennoch gesagt. Du gönst es mir nicht. Du jointen ja keinen Schwein. Frag sie doch. Alle zum Rage. Alle zum Rage-Kreiten gebracht. Ja, genau. Guck mal den Score an, Noob. Das ist Live-Kommentary, ey. Heil Hitler. Jetzt nicht mehr. Junge, schrei so laut, wie du willst. Heil Hitler ist auf mich in Dreck. Ich beend das unter 10. Mach mein Ding! Boah, mein Gott! Ey, wieso joint denn da kein... Keine Ahnung, die Enemies, die sind... War kein Chip, Leute. Nein, aber... Fuhrenbock. Ich hab die Chip, fand ich die Güte, ey. Mach den hier grad bi-chill-wettig. Ja, das ist... Ja, mach mal schön Line-Up, ne? Setup, Setup, Recorded! Also, wenn ich das hochlade, dann... Bastet, ey. Bastet. Stücks... Stücks am Setupen, ey. Ja, so Ritualis Terra is over. Burger, was? Recordest du? Nein! 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 Weißt du, ja, die Stimmung über der Theatermacht klaut sich ja schon mit der Reiter. Boah! Burger! Meine Fresse! Bald wirst du YouTube-Fam, ey. Also, das heißt, ich bin dann im Sehen, oder? Ja, ja, ja. Komm, 79,9! Massive, Massive! Massive, Mann! Massive! Ist gut. 88,8 hätt' mir trotzdem besser gefallen. Gute Chattings, Max. Danke, danke, danke. Hab ich Eile von Eile auf was? Was? Frodo. Frodo, ich hab die von Frodo und Samwise Gamgee. So, ich würde behaupten, das war's dann. Dies ist das Ende. Hallo bei den jüdischen Kameraden, was? 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 Ihr könnt jetzt mal irgendwas sagen. Ich überlasse euch das, weil ich hab jetzt meinen Teil getan. Colibri Ende. Ja, hier könnt ihr mal Regroup machen. Du sollst nicht sagen, könnt ihr mal Regroupen. Du sollst sagen, tschüss und auf Wiedersehen. Meine... Kameraden. Ne, Lars, dir überlasse ich das, komm. Das ist mir die türkischen Freunde. Lars, komm, komm, mach. Lars! Ach so. Wie kriegst du's hin? Lars, Mann! Deine Freunde. Jetzt mach's nochmal richtig. Oh, nein. Oh, nein. Das... Das Flavor ist nicht da, wenn du das nicht so beendest. Komm, ich... Äh... The COD Flavor. Ey, gleich höre ich auf. Meine kleinen Freunde. Lars! Halt die Fresse! Tschüss! Tschüss! Tschüss!